Wer war die Dame? Frau Rina Kaur, singt bei uns im Pavillon. Zimmernummer? Bedauere, es ist mir verboten, darüber Auskunft zu geben. Es ist dir auch verboten, mir zu sagen, wie alt deine Schwester ist. Schwester habe ich keine, aber meine Großmutter wird demnächst 88. Danke sehr. Ich bin der Sache. Du, da kann ich wirklich nichts dafür. Also stell dir mal vor, ich tanze da ahnungslos mit der Gräsen oder Helga oder wie sie heißen. Komm einmal, setze mich dir ein Kerl raus. Nee, ich bin ein Kerl wie sie. Ja, bitte. Was hättest du an meiner Stelle getan? Natürlich ist das. Ganz gerne. Du, das ist eine ganz raffinierte Frau. Kennst du sie? Nein. Aber eine Anfängerin kann sich dieses Papillon nicht leisten. Warum? Warte mal. Also, ich bin der Sache. Ich bin der Sache. Ich bin der Sache. Ja. Ich bin der Sache. Sie müssen mit mir tanzen sofort. Sie müssen mit mir tanzen sofort. Warum helfen Sie mir eigentlich? Gefallen mir auch ganz gut. Stellen Sie sich nur nichts ein. Ich habe Sie in die Patsche gebracht. Und ich möchte nicht, dass eine Frau meinetwegen ins Gefängnis kommt. Das ist alles. Müssen Sie sich aber heute Abend Ihren Mantel holen, damit Sie nicht meinetwegen in die Patsche kommen. Das werde ich schon tun. Hauptsache, Sie verschwinden. Sie wollen mich wohl so schnell als möglich loswerden. Jawohl. Was ist eigentlich so grob zu tun? Weil es eine Affenschande ist, was Sie treiben. Finde ich es in Ordnung, doch einfach zu klauen? In Ordnung? Nein. Ich habe mir eigentlich noch nie darüber in den Kopf zu gelaufen. Ich finde es so aufregend. Ich brauche es. So wie die Zigaretten rauchen müssen. Und außerdem bringt es was ein, nicht wahr? Na, wie naiv sind Sie. Was glauben Sie, dass so ein Aschefächer kostet? Einen halben Franken höchstens. Aber glitzend. Das haben Sie auch schon wieder gek... Können Sie mir vielleicht sagen, wie spät ist es? Ich habe keine Uhr. Doch. Sie haben eine. Das muss ich doch schließlich besser wissen. Sehen Sie doch erst mal in Ihrer Westentasche nach. Das ist ja, ja, keine Uhr, keine Uhr, keine Uhr.